Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe schon mal unsere nächsten Ziele ausgewählt. Die Story-Mission muss doch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Denn wir haben hier gleich in der Nähe noch eine Tarotkarte. Und den Auftrag von Evelyn Perales heisst sie glaube ich. Also der Frau vom amtierenden Bürgermeister. Aber irgendwie sind die Einstellungen, die Grafikeinstellungen oder Mods immer noch nicht so richtig up to date. Und deshalb kommt das manchmal leider zum Legs. Da muss ich irgendwie noch das ganze genauer anschauen. Damit wir da wirklich ein flüssiges Spielerlebnis haben. Und ja, ich spiele halt das ganze mit Path Tracing. Was vielleicht an manchen Stellen, wie man sieht, schlecht sein kann. Aber eigentlich sollte das die 4080er Grafikkarte hinbekommen. Theoretisch. Aber jetzt sieht es gerade gar nicht gut aus. Alter. Ich glaube. Entweder ist das eine Mod. Wahrscheinlich ist das eine Mod. Die das ganze so hakelig macht. Man sieht ja, wie der Mods Cursor nachhangt. Ich schaue das nochmal nach. Vielleicht finde ich irgendwie die Lösung dazu. Ist es gleich wieder. Kein Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe mal zwei Mods raus verschmissen. Und ich lasse mal kurz hier rechts oben das Nvidia Menü laufen für die FPS Anzeige. Mal schauen, wie sich das Spiel jetzt verhält. Ambers. Da haben wir das. Hallo Graffiti. Der Tod. Der Tod ist die Karte des Wertens. Sie symbolisiert eine bevorstehende, schwierige Veränderung. Das Ende einer Lebensphase und der Beginn der nächsten. Es ist unvermeidbar, dass bei diesem Wandel etwas verloren geht. Aber dafür wird stattdessen etwas Neues entstehen. Hat was. Haben wir das? Als nächstes geht es jetzt zu I Fought The Law. Trifft dich mit Elisabeth Perales. So heisst sie. Was? Kann man hier hinein? Nicht? Schade. Wie ist sie? Wann? Wie ist sie? Das ist doch was ich überhaupt brauchte. So, das war ein Zivilist. Ich lasse hier mal ihren Spass haben. Und hau mal ab, sonst wird das hier alles noch viel schlimmer. Na, da kommen schon die Polizei. Valentinos. Ah, Valentinos, 6th Street. Nice. Ja, fast. Fast umgebracht. Schlaf gut. So, dann lass mal sehen. Das ist Elisabeth Perales. Okay. Okay. Hallo, V. Ich bin Jefferson Perales. Du hast bereits gesprochen mit Elisabeth. Meine Frau. Nice to meet you, Mr. Perales. Mrs. Perales. Hm. Right again, Liz. You see, my wife is a great judge of character. Said this would work. Now I see why. Perales? The one running for mayor of Night City? The one. So, the one who was D.A. until recently, but just vaulted into a seat on the city council? I gather you now understand why discretion is of the utmost importance. So, what do you got for me? Carter, let's go. Elizabeth? Well, as you're probably aware, Mayor Lucius Rhine recently passed. We want to know how, why, whatever else is pertinent. It was all over the news. Of course it was. Media feasted for weeks. Pieces like that are their lifeblood. Right. Think they missed something? We have reason to believe they did. Yes. As far as I remember, someone tried to zero Rhine a few days before his death. The NCPD sees no link. They're saying it was a random cyberpsycho attack. And claiming the mayor died of natural causes. Causes unrelated to the attack. It's in the official reports. Rhine died at home due to a cardio implant malfunction. These suspicions of yours wouldn't have anything to do with the upcoming election, would they? Of course they would. If Lucius Rhine was murdered, we want to know. Need to know. What makes you think the cops got him wrong? Got any evidence? Shortly before Rhine passed, he made cuts in the NCPD budget. Perhaps got on someone's bad side that way. In any case, we have the cyberpsycho attack on a BD. Our chief of security scanned it, but didn't find anything out of the ordinary, so to speak. We need a braindance editor. A real one. It's raw footage. The braindance. It has to be back where it belongs today. Or a lot of people will be in a lot of trouble. If you agree to help, you can see it right now. Where'd you get the scroll? Ryan was making a public appearance. BD scrolling standard procedure for events like that. Following the attack, the NCPD impounded the footage as evidence. We had to pull many strings to extract it. Okay. Done one here, don't we? See what I can do. Excellent. We'd be happy with any find that would clarify things. Alleviate lingering deaths. Well, what do we got here? The question is, what are you doing here? My brain too, isn't it? What do we got here? And this time, don't go scrolling every ass you see. Eyes on the mayor. Stuff belongs to City Hall. Let's make it PG. Ich lasse es erstmal durchspielen. Und danach schauen wir uns das ganze anders an im Editor-Modus. Oshoabschel nochmal Videos. Ich lasse den City of Dreams. My brain is so ghost fantopPeak. Das ist schnell. Ich lasse das. Vorschluss an ianehmen zu headerer. Ich lasse den 87antow HEVZio. Anvil resize! desmer! Ich lasse das Jania in der sentido. Re-reward, NCBD. Polizisten. Lass ihn in? Es ist wichtig. Wir müssen mit dem Herrs. Priem, das nach der Konferenz. Was die Held? Was die Held? Enden wir auf, Mami. Stellvertretender Bürgermeister Weldenholt, Stadtrat von Night City. Ok, so sieht er aus. Das ist warum ich Mayor und du bist nicht. Jetzt ist es, dass wir die Visibilität brauchen. Du hast dich zu tief in Ordnung. Ich werde dich in Ordnung. Meine Rune in der Red Queen's Race ist bereit. Ja, natürlich. Gut, jetzt gehen wir. Wir haben die Praxis. Die Red Queen's Race hat keine Inter-Synab-Zaps? Natürlich, ein paar alten Brit-Farts und Powdered Wigs, auf mit ihren Händen. Du kannst sagen, dass du keine Ahnung hast. Ok, das ist hier der Bürgermeister. Hold it! Stopp right there! Und dann kommt hier River Ward. River Ward, NCBD. Police, Lemon, Sport. Ich spreche da, er ist sicher. Der Kumpel wollte, die Sicherheit etwas erzählen. Wahrscheinlich, dass er da standen, um Ryan's Husten zu lösen. Der Kumpel ist nicht. Wir haben die Veranstaltung, eine große Kumpel. Der Kumpel ist nicht weg. Wir haben die Kumpel, die Kumpel ist nicht erinnert. Ich verstehe. Die ganze Zeit? Weißt du das? Oder wieder zu sprechen? Once you've seen all I've seen, don't need to know things to know them. People are the same everywhere. Okay, it's coming out your ass. Peter Horowitz Keine Zugehörigkeit gesucht in Nice City. Mord an einem Beamten. Verkäufer, Mann mit Haarausfall, mit Viziger, Subkonjunktivale Blutung. Erstklassige Kampferware. So, was das drüber steht. Vermutlich hochpreisig. Okay, jetzt haben wir in dieser Ansicht noch andere Dinge. Er stirbt hier. Visuell etwas. Was ist hier? Ah, auf dem Bildschirm. CCTV-Bildschirm. Terminal crashed right as he went through the gate. Glitch was no accident. Now, seems strange or coincidences. Like? Like when you bang some chick and then her sister later, same night. And it turns out they're both sisters of God. That really happened to you? Nah, but it could've. Ah, Johnny. ... They laughed literally seconds before the attack. Looks planned. Like it was done on purpose. That or the Psycho saw his chance and took it. Don't get paranoid on me. Remember? Aber, moment. So, die sind beide gegangen. Aber mehr gibt es hier glaube ich gar nicht. Und er wird hier ermordet, kaltblütig von hinten. Und die, also die Person wurde vom Friedhof entführt. Also ist sie eigentlich schon tot. Wenn ich das richtig verstanden habe, was da Johnny gesagt hat. Interessante Aufnahme auf jeden Fall. Du bist hier. Fantastisch. Also, irgendwelche Gedanken? Habt ihr etwas wunderschönes? Oder sind wir paranoid? Ich glaube, das war's dran. Die ganze Sache wunderschönes als Coronado Bay im Juli. Also wunderschönes. Das war's confirmed. Any questions at this point? Die Konferenz, warum wurde es geöffnet? Für keinen Fall. Rhein ließ die Geräusche von ihm zu sehen, dass er sich auf TV fühlt. Ja, das ist so. Als ich denke, die Verbreitung in Night City's Violent Crime Rate war das Wort für das. Rhein kam raus zu touten. Entschuldigung? Entschuldigung? Rhein hat in Pacifica einen unabhängigen Distrikt. Die Staten für diesen Teil der Stadt stoppen. Ha, clever. Ja, wirklich clever. Es bringt natürlich die ganze Stadt etwas höher auf dem Ranking. Wer ist Holt? Rhein? Rhein's deputy. Und his bulldog, so to speak. Rhein in Rhein's place now. Red Queen's race. Red Queen's race. What is it? Got me. Never heard of him. Sorry. Cop who saved Ryan? Know anything about him? Detective River Ward. Good guy. Hi. Wir haben ein paar Beispiele zusammenarbeitet. Wenn du mit ihm sprechen willst, ich werde dich in Kontakt geben. Wer noch, außer Ryan's Detail, hat die Terminal access? Hm. NCPD. Das ist es. Herr Hustl. Sie NCPD? Nein. All handpicked by Holt. Und auf einem Korps-Payroll. Hm. Interessant. Das ist gut. Schönes Auto. Wenn man das so sagen kann. Vogue Morales für Mayor of the United States. Born in red. Champion of the United States. Nice. Roof Detective Ward an. Mache ich gleich. Ich will mich nur noch kurz mal umschauen. Habe ich hier glaube ich noch nie warten. Andre Nabita. Valentinos. Fertig. Gotti. Ich bin hier. In 2077, sie wähleni meine Stadt als schlimmste Ort in Amerika. Anbieter? Schuss, Sky High rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020